Hallo Kinder! Ich bin das Mirko und ich habe einen leichten Dachschaden. Warum ich einen leichten Dachschaden habe, das seht ihr jetzt! Schönen guten Abend. Das hier ist der erste Teil von Let's Play Mega Man 5 auf Deutsch. Ja, wir sehen hier einen Typ mit Schal. Oh, Land of the Dead, hier! Die Stadt wird kaputt gemacht. Und wer steckt wohl dahinter? Ja, Dr. Light! Hey, die Sonne bewegt ja gar nicht seine Augen. Viech! Bewegt deine Augen, du Schwuchtel! Gyro-Man, Gyro-Man. Sieht scheiße aus. Schaarge! What? Lukas! Oh, nee, wie hieß diese Lokomotive? Thomas! Entchen! Ich meine, was hat eine Elektroentel im Zug zu suchen? Oh mein Gott. Nein! Nicht die Mäuse! Hä? Oh nein! Nein! Mann, zuhören. Kein E-Tank, ich meine. Nein, was macht der Ver- Das gibt mir Leben. Hah, hah. Nein! Wieso so scheiße? Och, das ist... Buh! Fuuuck! M混! Buh! Ja. Fick nicht! Nein! Hah, hah! Süße! Sterb doch, bitte. Ja! Oh, nein! Er ist tot. Er ist tot. Ey, ihr Leute, ich hab da jetzt schon so... Der erste Gamepad-Klopf ist schon ab. Nein! Du! Was ist das denn? Ein riesen Klops. Ein schwuler Riesenklops. Ich mag dich doch. Mein bester Freund. Nein! 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 Ich kann es nicht mehr hören. ACH! Du blöder Bastard ey! Oh mein Gott! Du blöde Sau! Nein! Du! Ja! Ohoho! Ah! Was? Was hat er denn diesmal gemacht? Wie geil! Wie geil! Hahaha! So mal gucken wie bei die ich diesmal komme ohne den Safestate zu benutzen. Okay Ja, der, den mag ich Der war letztens schon so geil Ja, ich weiß Der ist mein bester Kumpel, dieser Fettsack hier Das ist der Hermann Hermanns So nenne ich den jetzt Hermann Hermanns schreitet zur Tat Auf der Suche nach seinem Neuen Imber-Abenteuer Dieses Spiel, ich hätte damals In den Zeiten geliebt, wo man so ein Spiel gespielt hätte Ich wäre so An die fucking Decke gegangen Die fucking Decke Ihr glaubt, ihr glaubt nicht Bei der Vorstellung, mir kommt gerade Die Galle hoch, ne Ich liebe, ne, es muss eine Ente sein Ich liebe Ente, vor allem Ente mit Reis und Chinesischen Pilzen, Gemüse Hermann, Hermann Mann Fick die Hühner Hitler Boah, jetzt reicht's Ich hab so die Schnauze voll Wenn es jetzt nicht klappt Dann Ja Fick dich Rett mich schon ab Apfel Der so zum Matsch ist, weil ich ihn gerade das ganze Zimmer geworfen habe Boah ey, ohne Scheiß Ich fick den jetzt mit einem aufgeladenen HITLER Ja Endlich, oh ne Was hat mich da abgefuckt Geh doch Rush, du Misthöhle Ich mag dich doch Ich mag dich doch Rush Mach mal da BABABAB Es war in der Not Du bist Rush Spannung könnte nicht besser sein Ich mein Wann zockt man schon gerne mal Die Spannung könnte nicht besser sein Ich mein Wann zockt man schon gerne mal um diese Uhr Das ist auch mitten in der Nacht so ein geiles Spiel Was solch eine Freude macht Hermann Hermann Boah, dieser Hermann, ne Hermann 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 Super Hermann Hermann Für die goldenen Hermann Hermanns Zeiten So, aber leider müsst ihr erst noch warten Weil ich geh jetzt erstmal pennen Weil ich scheiße müde bin Es ist halb drei Weh, du zwinkerst mit deinen scheiß Augenbrauen, ne Ich hau dir so die Fresse ein Sau Wehe Wehe Nein Du blödes Vieh Scheiß Dr. Wilde Ich hau's gewusst Jetzt sind wir endlich in Dr. Wilde's Scheißhaus Äh, Castle Boah, du Drecksköter Du Drecksköter Oh ja, das machst du gut Nein, Rush Lass dich nicht treffen Rush Rush Warum auch immer Ich habe die ganze Zeit zu Glück Zu eurem Glück nicht mitgeschnitten Nur erzähle ich, was passiert ist So gute zwölf Minuten Muss ich das hier über mich ergehen lassen Sinn dieses Bosses ist Ihn mit einem Schuss zu treffen Darauf kommt die Plattformer vor Darauf kommt die Plattformer vor Und da muss man in seinen Kopf treffen Und so habe ich das ungefähr 15 Minuten gemacht Ohne aufzunehmen Nein Ein Greenpeace Hermann Hermanns Ich muss mir morgen echt ein neues Gamepad kaufen Ich habe es kaputt geschlagen, glaube ich Äh, hallo So Wir zocken jetzt live Ah, wie der Drecksköter mit seinen Lasern Na, hast du die BDDR eingeladen? Von dem Prinzonen namens Wily Ich habe mir das mal durchgedehnt Äh, warum renne ich in einem Zuchter ein? Die fette Sau Ah, 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 ein Yes 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 Oh nein Nein Todesee Todesee, ja Heurum Heurum Ja Dents to the beat Alter... Ja, renn, 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 renn du doofers! Aaaallallalala! Ecker und die Russen sind da! Renn! Renn! Ich hole so blöd drum wie in jedem Teil... ...und grunste beim Heulen. Scheiße, Ecker und die Russen sind... Ja, Megaman, ich krieg's in die Decke gehalten, ne? Aber vorhin haben wir zu direkt zerquetscht. Heiß Megaman... Du... Jetzt kommt Proto Man, yeah! Protoman hilft natürlich, auf jedsten Gott Äh, Turm Stürzt sein und Wile Boah, Dr. Wily fliegt schon wieder weg Wenn er jetzt gleich schon wieder Wenn er gleich nochmal auftaucht und mit seinen scheiß Augenbrauen zwinkert Ich geh in die Decke Oh mein Gott Presented by Punica Nein, bei nem fetten Vögelchen namens Capcom Ja Capcom, ey Habt schon mal Besseres geleistet Drecks Viecher, ey Ich denke, das war's Leute, okay Dann, äh Vielen Dank fürs Zuschauen Abonniert diesen Kanal, falls ihr weiter interessiert seid Schreibt schön Kommentare, Meinungen Und bewertet das Video natürlich auch gut, ne Okay, dann Tschüss Leute, Penis